Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Prädikatenlogik. Ja, heute kann ich das hier sagen, ähm, letztes Mal war es ein bisschen schwieriger, weil, ja, wir haben ein quasi neues Thema innerhalb der Logik angefangen. Aber ja, ich hoffe, ähm, ihr habt es soweit verstanden, was ich gemacht habe. Und, ähm, ja, heute geht's weiter und zwar haben wir letztes Mal hier Alquantor, Existenzquantor gemacht. Heute machen wir diese Funktionssymbole, beziehungsweise nicht nur Funktionssymbole, sondern auch Prädikaten-Symbole. Da gibt's einen kleinen, aber feinen Unterschied. Und genau den möchte ich mit euch heute machen. Funktionssymbol und Prädikaten-Symbol. Und, ähm, ja, hier steht sogar schon ein Funktionssymbol. Ähm, hier haben wir eine Funktion f von x, bedeutet so viel wie die Programmiersprache x braucht ein Semikolon vor jedem Befehl. Ist natürlich schwachsinnbar, letztes Mal als Negativbeispiel gedacht. Ähm, und wir haben aber hier schon eine, ähm, ein Funktionssymbol stehen. Ähm, das einstellig ist. Also man kann Funktions- und Prädikatensymbole, äh, einteilen in, äh, in Stelligkeit. Und zwar, wenn ich hier eine Variable stehen hab, dann hab ich einstellig. Wenn ich hier mehrere Variablen stehen hab, dann hab ich mehrstellig. Ähm, beziehungsweise in dem Fall dann zweistellig. Also man kann es genau angeben, wie viele Stellen man dann halt hat. Es sind so viele Variablen, wie man braucht. Aber um klären zu können, was genau der Unterschied jetzt zwischen Funktionssymbol und Prädikatensymbole ist, ähm, muss ich erstmal noch mit euch Folgendes machen. Und zwar Terme. Terme sind, ähm, folgendes. Und zwar haben wir zum Beispiel eine Menge an, äh, in unserem, in unserem Universum sozusagen, haben wir eine Menge an Variablen. Also diese VAs hier oben. Also V, X, Y, Achtung, das sind alles kleine Buchstaben. Z wäre zum Beispiel eine Menge an Variablen. Und wir haben eine Menge an Konstanten. Also Groß-X, Groß-Y und Groß-Z wären jetzt aktuell gerade drei. Kann natürlich auch mehr sein. Ist alles ganz easy. Ich bezeichne die ganz gerne hier vorne dran mit wahr oder kunst, aber das macht man eigentlich so nicht. Eigentlich erkennt man es an, keine Ahnung was, Großschreibung oder sowas. Und ja, ein Term ist jetzt folgendes Term, Doppelpunkt. Ein Term bedeutet, ich nehme ein Funktionssymbol. Ach so, die habe ich hier oben übrigens auch noch irgendwo gegeben. Funktionssymbol. Symbol, Le, Plural gleich mal F und G, weil F wie Funktion und so. Und ein Term ist jetzt folgendes. Alle Variablen sind Terme. Also alle X, also X, Y und Z sind jeweils ein Term. Alle Konstanten sind ein Term, also X, Y und Z in Groß. Und wenn ich jetzt in F, sagen wir mal F hat, nimmt eine Variable. Es geht mit beliebig vielen Variablen, also immer je nachdem wie hoch die Stelligkeit ist. Wenn F ein Term nimmt, also ein T für Term, dann ist F von T auch ein Term. Das bedeutet so viel wie, wenn ich hier jetzt X reinstopfe, egal ob groß oder klein. Also F von X, F von Y, F von Z oder F von Groß X, F von Groß Y, F von Groß Z. Das ist wiederum ein Term. So, was das jetzt aber bedeutet ist, F von F von T ist auch ein Term. Und F von F von F von T ist auch wiederum ein Term. Und so weiter und so fort. Also ihr seht, wo das rausläuft. Und wenn ich jetzt halt statt nur Einstelligkeit, also hier mehrere Variablen frist, dann brauche ich halt ein T und ein T' keine Ahnung. Also zwei Terme, die ich hier reinstopfe und rauskomme, wieder ein Term. Aber das lässt sich trotzdem weiter vollziehen. Ich kann einfach dann X und Y reinstecken und dann kann ich in beide Seiten F von T und T' reinstecken. Also ich habe quasi unendlich viele Terme, je nachdem wie viel ich da halt reinstopfe. Also als Funktion könnt ihr euch zum Beispiel X plus Y vorstellen. Oder auch unser eindringliches Beispiel oder unser wunderschönes Beispiel eigentlich mit dieser Programmiersprache X ist eine Funktion gewesen. Nur rauskommen muss halt dann am Ende ein Term. So, analog dazu gibt es jetzt die Prädikatensymbole. Und für die brauchen wir die Variablen-Definition. Also ich mache hier mal einen Punkt, 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 weil wir wissen, dass es auch mit G geht und wir wissen, dass F von T auch ein Term ist und so weiter und so fort. Die Interpretation brauchen wir jetzt gerade nicht. So, und jetzt zu den Prädikatensymbole. Da brauchen wir die Definition von Variablen. War ist eine Funktion, war, die uns alle Variablen gibt innerhalb eines Terms. Also zum Beispiel war von X. Naja, war von X ist relativ simpel, weil X ist ja selber eine Variable. Also einfach, das ist dann allerdings eine Menge aus Variablen, die wir kriegen. Also war von X ist X. Wobei, wenn wir hier eine Konstante reinpacken, weil Groß X ist ja auch ein Term, dann kriegen wir hier die leere Menge raus. Es ist ja keine Variable, sprich wir können nichts dran verändern. Also ist es, ja, die leere Menge. So, und wie gesagt, man kann es jetzt für alle Terme machen, sprich auch für dieses F von T hier hinten. Dann haben wir hier, sagen wir mal, ich brauche jetzt noch mal eine mit mehreren. Also sagen wir T1,T2. Sagen wir, G nimmt zwei Variablen, ja. Ja, dann ist war von G, von T1 und T2. Also die Variablen, die in G von T1 und T2 vorkommen, ist dann einfach die Variablen, die in G vorkommen, also die Variablen, die in T1 vorkommen, weil die Funktion selber hat ja keine Variablen. Die Funktion, äh, die Variablen, die in T1 vorkommen, und zusätzlich zu denen, falls ihr das Symbol nicht kennt, ist das nicht so schlimm, zusätzlich zu denen, ähm, kommen noch die Variablen, die in T2 liegen. Also was hier steht, ist recht kompliziert dargestellt, aber ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, hier steht nichts anderes als die Variablen in G1, äh, in G von T1 und T2 sind die Variablen von T1 und die Variablen von T2. Also wenn ich hier in G, als Beispiel jetzt, äh, Beispiel, wenn ich G von X, X aufrufe, ja, dann habe ich hier eine Variable und eine Konstante. Naja, wir wissen, äh, die Variablen in klein X ist genau klein X, also das hier, und dann kommt wieder dieses komische Vereinigtzeichen, und dann haben wir, wir wissen, die Variablen in, von Konstanten, naja, Variablen von Konstanten ist ja irgendwie ein Widerspruch, das ist logischerweise die leere Menge, und deswegen haben wir hier insgesamt alle Elemente, die hier drin sind, und alle Elemente, die hier drin sind, naja, was dann wiederum nur zu X führt. Ähm, sagen wir mal, wir haben hier Y drin, also G von X und Y sind beides Variablen, dann habe ich hier X vereinigt Y, was dann wiederum zu X, Y führt. Ähm, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch G von bla 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 haben sollte, irgendwie, und hier kommt dann X, Y raus, ähm, dann werden doppelte Elemente nicht übernommen bei diesem Vereinigungsoperator, wenn ihr den jetzt gerade nicht kennt. Das würde bedeuten, X vereinigt XY ist dasselbe wie XY, also da kommt dann einfach jedes Element nur einmal vor. Okay? Also wenn hier jetzt dann auch noch ein Komma Z stehen würde, dann wäre hier XYZ drin. Okay? Ähm, nur wenn ihr diesen Operator hier nicht kennen solltet. Gut. Ähm, gehen wir mal hier wieder zurück zu was Sinnvollem, also machen wir das Z wieder weg, und hier das X und hier das Z. So. Und jetzt können wir hier wieder X und Y draus machen. Und dann, okay, ähm, genau. So, wenn wir jetzt diese Variablen-Definition haben, ähm, dann können wir uns eine sogenannte, äh, diese Prädikatensymbole genauer angucken. Und zwar haben wir dann folgendes. Sagen wir mal, ich mach die jetzt mal hier unten hin, eigentlich könnte das hier weg, weil wir haben nicht hier oben Funktionssymbole, jetzt machen wir Prädikatensymbole, P und Q. Symbole in dem Fall dann. So, ähm, Prädikatensymbole machen folgendes. Und zwar, im Prinzip ist es fast genauso wie bei den Funktionen, nur dass wir jetzt halt hier, äh, unsere atomaren, atomare Ausdrücke definieren. Ähm, wobei Ausdrücke kann auch sein, dass ihr das ganze Formeln genannt habt, das ist je nachdem, wo man es hört. Ähm, genau. Also, unsere atomaren Ausdrücke, die definieren wir folgendermaßen. Und zwar, wenn wir irgendwas in den Termen drin haben, also, ist eine Menge wiederum aus allem möglichen Zeugs, wobei ich glaube, ich erspare euch das mit dieser Mengenschreibweise, ähm, wenn T, äh, der erste Term, also, machen wir was mit S und T, wenn S gleich T ist, ähm, also, wenn S ein Ausdruck ist, oder ein Term ist, äh, S-Term und T-Term, wenn S und T-Terme sind, dann ist auch S gleich T ein Term, äh, nicht Term, sondern, äh, Ausdruck, genau. Also, S gleich T ist dann ein Ausdruck. Das bedeutet so viel, wie wenn ihr hier, nimm, 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 als Funktion, Beispiel dazu, Beispiel, ähm, ihr habt als Funktion, klein f, ist die Plus-Funktion, ja? Also, sowas wie, äh, plus 5 plus 6, ja? Wäre der Aufruf f von 5,6 ist gleich dem hier, okay? So, und hier kommt ja jetzt logischerweise 11 raus und, ähm, wenn ich jetzt, das ist ja dann logischerweise ein Term, denn 5 ist ein Term, 6 ist ein Term und alles, was ich in eine Funktion reinstopfe, ist auch wieder ein Term. Das war das, was wir hier oben gemacht hatten, ja, mit den Termen. Okay. Und dann, sagen wir mal, ich hab noch, okay, ich nehm hier andere, ähm, Werte, hier nehm ich 6 und hier 6 und hier kommt 12 raus. Einfach nur, damit sich's nachher besser rechnet. Ähm, und dann hab ich noch eine andere Funktion, g von 6,2 ist dann sowas wie 6 mal 2. Nur als Beispiel jetzt. Das sind irgendwelche Terme und Funktionen, die ich mir gerade ausgedacht hab. 6 ist, ähm, ein Term, 2 ist ein Term und alles, was ich in diese Malfunktion g reinstopfe, ist auch wiederum ein Term. Das heißt, 6 mal 2 ist auch ein Term, ja. So, und dann hab ich hier drin stehen, als Ausdruck, s gleich t, also ich prüfe auf Gleichheit, also F von 6,6, wenn das gleich ist wie 6,2, naja, was liefert mir denn das? Das liefert mir doch ein Boolean, also sowas wie ein Wahrheitswert. Das heißt, das hier ist entweder wahr oder, äh, ja, wahr oder falsch, andersrum hab ich's jetzt gesagt, ähm, und in dem Fall ist es wahr, aber selbst wenn ich hier jetzt wieder die 5 reinpacke und hier auch wieder die 5 und hier kommt die 11 raus, dann ist es halt falsch, aber es ist immer noch ein Wahrheitswert, sprich, ich kann damit arbeiten in meinen atomaren Ausdrücken, weil das sind dann wiederum Aussagen oder prädikatenlogische Formeln, okay, also ein bisschen kompliziert dargestellt, aber eigentlich ganz easy, ähm, ihr könnt hier mit rechnen oder irgendwelche Sachen machen, die halt nix mit der Aussagenlogik zu tun haben, die ihr gerade Bock drauf habt und die Ergebnisse, wenn die miteinander vergleichbar sind, weil es sind Terme, die müssen miteinander vergleichbar sein, wenn ihr die miteinander vergleicht, dann kommt ein Wahrheitswert raus, wenn sie gleich sind, kommt wahr raus, also 1, wenn sie ungleich sind, kommt 0 raus und, äh, damit könnt ihr dann logischerweise wieder in euren atomaren Ausdrücken beziehungsweise in vernünftigen Formeln arbeiten. So, ähm, also weiter geht's hier mit diesen, äh, mit diesen atomaren Ausdrücken, wir sind nämlich hier noch nicht fertig, und zwar S gleich T ist dann drin und die Prädikatensymbole davon, das heißt, ähm, also, hier kann auch wieder beliebig viel drin sein, P von T1, T2 und so weiter und so fort, hier können T3, T4, T5, T6 und so weiter kommen, so viel wie ihr Lust drauf habt, aber ich werde es jetzt die Einfachheit halber machen, wie oben, also nur, dass ihr wisst, es können beliebig viele kommen, es kann ein P von T drin sein und es kann ein Q von T1, T2 drin sein und so weiter, äh, mit diesen Prädikatensymbolen hier, ja, also es können hier beliebig viele Variablen drin sein, das kommt eben auf euer Prädikatensymbol an, da ist dann auch wieder die Stelligkeit wichtig. So, und diese Prädikatensymbole, die nehmen hier auch irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Terme, das bedeutet aber so viel, wie, ähm, ihr müsst hier vorsichtig sein, was ihr macht, weil hier muss am Ende ein Boolscher Wert rauskommen, also True oder False, aber was ihr reinbekommt, können Zahlen sein, das heißt, ihr müsst irgendwie auf Gleichheit überprüfen oder sonst was, ihr könnt es euch vielleicht als If vorstellen, ähm, das ist glaube ich ein bisschen hilfreich. So, und dann gibt es noch, äh, sogenannte zusammengesetzte, zusammengesetzte Ausdrücke, ups, ähm, die sagen einfach nichts anderes wie, ähm, jetzt brauche ich neun Buchstaben, A ist Ausdruck, wenn A Ausdruck ist, dann ist auch, äh, jetzt brauche ich die Dinger hier oben, wenn A und B Ausdrücke sind, dann habe ich auch, not A ist ein Ausdruck, A und B ist ein Ausdruck, und A oder B ist ein Ausdruck, ups, okay, soweit, äh, das kann ich auch mit der Implikation machen, also, A impliziert, B ist auch ein Ausdruck, aber das wissen wir ja, das können wir einfach als so eine Formel mit und und oder darstellen, deswegen sparen wir uns das meistens, okay, also was wir hier sagen, ist folgendes, ähm, zusammengesetzte Ausdrücke sind, atomare Ausdrücke und zusammengesetzte Ausdrücke, ähm, kombiniert mit und und oder und not, mehr mache ich hier eigentlich gar nicht, also irgendwie zusammengewürfelt, wie ich gerade Lust drauf habe, also zum Beispiel, wenn wir das Beispiel von vorne hatten, ähm, wenn ich 11 gleich 12 prüfe, dann ist das hier ein Ausdruck, sagen wir mal A dazu, ähm, die, die programmieren, werden hier wahrscheinlich gerne 2 ist gleich schreiben, das könnt ihr gerne machen, das ist kein Problem, ich werde es jetzt hier nicht tun, und sagen wir mal hier, dann habe ich noch ein B, ist dann gleich 12 gleich 12, naja, und dann kann ich auch in meine zusammengesetzten Ausdrücke folgendes machen, A und B, also, ist 11, ist 11 gleich 12, und, äh, jetzt brauche ich das und wieder, und ist 12 gleich 12, das ist dann auch ein durchaus valider Ausdruck, den kennen wir aus if schleifen, wir prüfen, ob 12 gleich 12 ist, äh, if nicht schleifen, tut mir leid, ausdrücken natürlich, ähm, ist 11 gleich 12, und ist 12 gleich 12, das sind sozusagen einfach zwei gekoppelte, ähm, Dinger hier, also ich kann das alles darstellen, wie ich möchte, okay, ähm, ja, soviel zum Thema Prädikatensymbole, und Funktionssymbolen, spielt damit ein bisschen rum, ich hoffe, äh, ihr kriegt es irgendwann, versteht ihr das, es hat bei mir auch eine Weile gedauert, aber ja, im Prinzip ist es gar nicht so schwer, und eigentlich ziemlich cool, okay, ähm, dann, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt es verstanden, falls ihr Fragen habt, logischerweise wie immer in die Kommentare, oder per PN an mich, ähm, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao, ciao.